Loll, da hast du mich grad... Was? Ah, herzlich willkommen zu Raft. Raft, der gehört schon mal mir. Der gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Was? So. Kennst du wieder nicht, oder? So, erstmal High-Stigma. Wir haben leider noch kein Rezept gefunden für unsere High-Stückchen. Wo sind eigentlich die Haiköpfe drin? Gibt's noch eine Haidruherd aus und so? Ach ja, da hab ich noch eine Muschel, du Muschel. Hupfe. Habe ich noch den Kars. Wir müssen mal... Hallo. Den kannst du mir geben. Sack. So. Ah, die Wasserhöhne braucht nicht so viel Wasser. Sind wir jetzt eigentlich mal wieder... Ja. Wir sind wieder da. Super. Oh, Alter! Wie voll das hier ist. Oh, liege mal, wie ihr Gott ist. Also in dem Spiel, da vergisst du wirklich die Zeit, ne? Also das ist echt übel. Ja, gefährlich. Zeit vergeht da so scheiße schnell. Ja, wie ein Forest eigentlich. Ja, ich finde hier... Ja, ich finde hier... Ja, ich finde hier... Ja, ich finde hier... Forest... Am Anfang, okay, ja, stimmt. Da ging's auch ultra schnell, ne? Ja. Ja, Glück gesagt. Wir haben da ja am Anfang... Echt fast den ganzen Tag durchgespielt. So, was? Ist schon ab? Ja, doch. Also anfangs, die Forest-Zeiten, die waren schon... X-Schwie. Ähm... Da noch ein Stein reinhauen. Das hier stacken. Also Kunststoff haben wir richtig viel, warte mal. Kann man auch bestimmt viele Sammelnetze machen. Oh, oh. Ich glaube, die hat unsere letzte Kartoffel geklaut. Nee, 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 nee. Ich habe noch sieben Kartoffeln im Winter. Ja, dann tu mal hier einen in den Schuh rein. Passt. Danke dir. Bieter Schem. Och, was ist vieles Holz? Bleib da fast. Alter, hast du so viel Seile hergestellt? Oder wieso sind die ganzen Blätter weg? So langsam. Ich habe immer wieder mal Seile herstellen müssen, ja. Und ein paar Seile herzustellen, brauchst du so viele Blätter. Das ist richtig übel. Ja, ich merke es gerade, wo das dauert. Puh. Äh, wir haben keine Blätter mehr. Weil wir haben extrem viele Blätter. Ja, ich weiß schon. Hier haben wir 21 Blätter nochmal. Ah, 22. So, ich habe hier jetzt mal drei Fangnetze noch zum bauen. Oh, das ist schön. Das freut mich sehr. Das ist sehr gut. Genau. Weil es ist ja auch ein Loch. Perfekt. Das hast du sehr schön gemacht. Da kann ich hier noch. Hier noch. Ah, perfekt. Das wollte ich gerade. Jawoll. Ah, jetzt ist es mir aus. Ah, nein, Haupt. Das ist unsere Wassermarone. Ja. Wie so Viecher ist hier eigentlich. Boah, die Fangnetze sind so geil. Ja, das ist echt geil. Vor allem, wenn man es einmal rum hat jetzt. Perfekt. Ja, bleib da. Oh, der ist vom Umsel. Ah, ich bin wieder ins Wasser gefallen. Bist du schon wieder in der Insel oder was? Ja, ich sitze gar nicht mehr auf. Ich steuere Richtung Insel. Mhm, mach das. Ich bin froh, dass man da nicht reinfällt. Ja. In die Dinge. Das ist wirklich viel wert. Jetzt habe ich echt aufgehört, diese scheiß Blätter zu fangen. Weil ich gesagt... Ja, weil wir so viele von denen haben, ja. Ne, um es heilherzustellen, braucht man doch sehr viele. Ja, doch. Einiges. Wo ist das? Sand. Sand. Kann man eigentlich mal wieder irgendwas erforschen? Was ist das? Schmutz kann man erforschen? Die Flasche kann man erforschen. Nee, kann man nicht. Echt? Nee. Hä, da ist aber leer. Ach, äh. Vielleicht eine leere Flasche? Ist deine Flasche leer? Nee. Weil die müssen wir erforschen. Echt? Weil man kann dann ein Fernglas bauen mit der Plastikflasche, ja. Na gut, Fernglas. Brauchen wir das? Nee, aber ich muss trotzdem erforschen. Und dann kannst du auch noch... Biete zusätzlich Sauerstoff unter Wasser. Aha. Eine Sauerstoffflasche mit einer... Und eine Wiese. Das macht man mit Schmutz. Und was ist? Explosives Pulver. Lol. Ein Ei. Haben wir jetzt eigentlich mal Ei? Nee. Hast du mal nachgeguckt? Nee. Ist gut. So. Federn, 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 Federn. Es sind nur Federn. Ja. Und wie kriegt man Eier? Hörst du auf? Weiß nicht. Hm. Ich möchte da was Neues rein tun. Was haben wir da? Was zum Melonen Samen. So. So. Jetzt ist meine Flasche leer. Ich probiere die jetzt mal zu erforschen. Kann sein, dass ich zerfliere. Ja, ich kann es erforschen. Was? So. Fernkopf. Oh, da braucht man zwei Flaschen dafür. Au! Sauerstoffflasche. Ja. Na gut. Sauerstoffflasche ist natürlich... Aber... Jetzt muss ich mir die wieder bauen. Jo. Boah. Wie viel Zeugs gibt. Vielleicht braucht man eigentlich eine Schere. Äh... Ich glaube, es gibt dann schon Schafe oder so aus dem Spiel. Dann kann man da Wolle irgendwie abschnüppeln. Das ist ja cool. Alter, langsam... Ja, man kann irgendwie Haustiere... Nein, 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 nein. Nicht unser Anker. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Verpiss dich. Wenn der Anker weg ist. Boah. Oh, okay. Die spawnen nicht, wenn das... Die eine Stütze weg... Uah. 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 Alter, lass mich da. Wenn da die Wellen sind, dann kommt man nicht mehr hoch. Nee, das ist sau schwer, ja. Ich weiß. Ah. Warte, ich baue hier mal schnell. Da, zack. Hast du neuer... Da war ein Fass. Uah. Nein. Ich bin... Alter, das ist so wie... Was für ein Wellengang hier ist. Wo war denn die Flasche? Die war beim Essen. Ach, beim Essen. Ach, beim Essen. Ach, da, ja. Moment. Irgendwie haben wir die... die Insel aus den Augenfüllern. Ah, ja. Stimmt. Wo ist die? Na ja, okay. Oh, ich verhungere. Apropos Essen. Scheiße. Kocht es? Ach, das kocht immer noch. Ja, ich hab's gerade jetzt wieder angemacht. Ah, fuck, das ist ausgegangen, okay. Ja, du musst... Ah, okay. Ja, ich hab's glaube ich hinbekommen. Moment. Pickup einfacher Fischerntopf. Aha. Ah, ja. Jawohl. Kann man da mehr öfter von essen? Nein, das ist nur ein Schüsselchen. Ehrlich? Man braucht dann pro Essen so eine Schüssel aus Ton. Das ist... Aber wieder relativ aufwendig. Ähm. Das kann man nicht eine Schüssel öfter verwenden? Nee, die für den Milch verbraucht. Oder warte mal, ich nehme die schon in die Hand. Soll ich erst das mal? Trinken? Ähm. Na ja. So, es bringt genauso viel wie ein Highsteak, will ich mal behaupten. Was jetzt nicht schlecht ist, aber... Naja. Ähm. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt, äh... Da... Kann ich eigentlich die Wassermelone wieder reintun? Hä? Warum ist da Holz drin? Ach ja, Gott. Ich glaube, ich hab nichts getan. Holz hab ich nichts mehr tun. Kann mal sein, dass ich das aus Versehen war. Halt. Ach. So, das war's. Das bist du. Aber wir haben so viel Stein. Steinbrumm echt nicht mehr. Das brauchst du so selten irgendwie. Ich weiß nicht. Vielleicht braucht man das später, wenn man irgendwas... Ach Gott. Sack, ey. Echt. Ganz furchtbar. Ja. Kunststoff und... Ich hab gesagt, könnte man ja ums Floß rum überall so Spitzen hin machen. Und sowas. Eigentlich schon, ja. Wenn man Sperre machen kann, könnte man sowas auch noch. Ja, weil ich finde das ist blöd, weil wenn du hier richtig schon bauen willst und ich hier zum Beispiel eine Wand bauen will und so ein Haus und so, das ist ja... Ja, ich bin akkurat. Das ist aber... Oh, das ist krass. Ja, ich glaub schon. Aber man bräuchte bisschen mehr Zeug. Also Blätter. So. Also bei diesem Fisch... Gehst du da jetzt weg. Bei diesem Fisch einen Topf, hat man dann das so ne... so einen gelben Strich beim Essen. Kann sein, dass das irgendwie so bedeutet, dass das dann länger anhält oder sowas. Ich bin mir grad nicht sicher. Der nächste Fisch einen Topf gehört dir. Okay. Dann wir mal das gießen. Also der nächste Fisch einen Topf ist im... Ding. Im Topf. Passt. Cool. Aua, ich bräuchte mal wieder was zum Trinken. Ja, ich fülls grad auf. Aber du hast ja deine Flasche für den Notfall. Ah ja, genau. Gut, dass du sagst. Alter, die Vögel, ey. Wir brauchen ein neues Ding. Müssen wir die entfernen. Ah, da, 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 da. Ist das los, ne? Alter. Oh, jetzt kommt noch der Hai noch. Geh weg. Oh, er hat's kaputt gemacht. Ey, so schnell kann man gar nicht sein. Ne, also wenn man ein größeres Floß hat, das würde echt problematisch. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollt' genau. Wollen wir mal... genau... Clever war das, ne? Naja, was? Erstmal trinken. Ähm... Irgendwann müssen wir mal anfangen, das Floß bisschen schöner zu bauen. Ja, aber ich find's jetzt eh schon eigentlich relativ. Achtung, wir fahren vorne vorbei. Wir fahren vorbei. Wir fahren vorbei. Wir fahren vorbei. Halt's so. Halt's so rüber. Wir haben mal irgendwie hinkommen. Warte, ich hab ein Paddel. Irgendwie ist der Wind gerade scheiße. Äh. Ich spring's schnell rüber und hol's. Ja. Hops. Oh, ein Janil. Und ein Rezept. Früchte-Kompott. Haben wir das schon? Ja. Kannst gleich wegwerfen. Ach, Daddy, die Fisch... Was? Ich hol's schnell raus. Haben wir was zum Drauflegen von... Ähm... Grillen? Für sich. Grillen? Haben wir da was? Ja. Ich hab da was. Äh... Hey, wo ist sie sind? Ah, ja. Also der Fischentopf ist in dem... Ding drin. Da drüber. Kannst mal ausprobieren. Kannst mal ausprobieren. Kannst mal ausprobieren. Kannst mal ausprobieren. Ja. So, Inventory... Herstellen. Ähm... Dann haben wir die da. Das Langste ist mein Inventar immer voll, ne? Ja. Oh, jawoll. Das ist nämlich ein großer Fisch. So, da haben wir die auch wieder neu. Dann... Wart haben wir noch? Ein Scharnier? Ich hab grad eins, äh... Ähm, ähm... Aus der Truhe rausgeholt. Wollen wir mal Bäume anpflanzen? Mit Mango und so? Mh... Und Kokos? Mh... Oder... Braucht man das aktuell überhaupt noch? Schon? Noch? Mh... Ich dachte sagen, das kann man machen, wenn unser Floß größer ist. Langsam geht unser Platz aus. Also ich würde langsam gern mal... Dieses Netz außenrum fertig machen und dann mal wieder erweitern. Ja. Oder? Ja. Wart. Braut frisches Wasser. Panze... Bauen. Braucht frisches Wasser. Sehr schön. Wie viele Netze braucht man denn da noch? Ähm... Brauch gar nicht schon viele eigentlich. Viele noch? Okay, dann kraftig mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Sechs Stück. Gut. Drei habe ich schonmal. Das ist schonmal sehr rude. Gut... Äh... Mh... 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 Oh, Mann... Also denk dran, wenn du Hunger hast, ist der Fischantopf da drin, ne? Ja. Noch geht's. Oh, wow. Echt, essen langsam. naja so viel bringt es nicht aber was ist stimmt da ist irgendwas gelbes dabei ja da habe ich glaube es hält bisschen länger an also gefühlt hätte ich es gesagt dass sowas bringt wo es haben überhaupt keine platter mehr oder gar nicht aber es kommt auch gerade nicht viel so du müsstest ja ein bisschen komisch mit diesem haupt gut ja das ist komisch ach du hast die in die buchenscheule gebaut so schön ja die habe ich schon neu reingeklatscht so was haben wir da ich brauche meine ordnung hier da haben wir seil kommt hierher das ist zum essen das rezept das kann ich eigentlich wegschmeißen wo ist denn der nein schau mich mal an genau wie hast du es eigentlich geschafft jetzt mit der mütze weil ich habe gerade geschaut mit i und sowas und t und so kann inventar und da hast du unten drei fünf slots für klamotten das habe ich gerade gesehen deswegen habe ich mir den genommen ja ey das meine ich hab's gefunden naja sieht ihr scheiß aus hat ja ja also mein dass man jeden einzelnen c-tank einzeln schmelzen muss das nervt ja vor allem das schmelzen das geht mir nicht was ist ein netzwerfer weißt du das exakt mit dem ding kann man diese viecher fangen also die auf der auf der dinge oder wie auch da wahrscheinlich scharfe und was weiß ich blanke trockenziegel machen wir mal wieder paar ziegel können wir wieder paar ziegel machen weil dann könnte man mal irgendwann mal nochmal in ofen machen also wie viel hat man in acht du scheiße ich lege mal oben hin zum trocknen die echt hinlegen zum trocknen das ist echt hart das ist aber irgendwie cool hinlegen zum trocknen gefällt mir irgendwie ich habe ich habe du das war das erste mal ach du angelst wieder das ist sehr gut weil wir brauchen echt glaube ich wieder mal auf dem krill sind wieder zwei fische klein vorrat ja ihr könnt ruhig noch mehr fangen ja wenn ich mich nicht ganz täuscht ist da hinten der insel direkt vor mir doch stimmt doch jetzt sehe ich es ja auch jetzt sehe ich es ja nicht mehr doch ich glaube das sieht man ein bisschen was oder ich weiß gerade nicht doch jetzt ist schon was ich denke schon dass das ist steuern mal drauf zu das was ich ja doch doch das ist ja 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 ich dachte schon ich bin verrückt so kann man immer wieder etwas forschen eher nicht aber eigentlich schon richtig geil eigentlich haben bei forest und mir dachte so ein geiles fluss eigentlich mit drauf wäre doch was geile eigentlich spiel verpackt du bist die ganze zeit bis abgebrochen was hast du gesagt weil wir doch in forest mehrmals uns gewünscht haben ach so ein geiles floß irgendwie wo man mehrere lager drauf haben und so ja jetzt haben wir es eigentlich sogar noch ein bisschen erweitert mit funktionen ist es nicht so vor ist ich dachte dass es vor ist die erweiterung ist dlc dafür ist die grafik zu scheiße nee die ist nicht scheiße ich glaube die ist anders anders genau sie ist nicht scheiße sie ist anders also bitte wir wollen ja nicht ist komik auf dann ja naja was hat der gegen uns dann danke scheiß ding hier wie doof ist das denn da habe ich irgendwas auf dem kopf ich habe einen dünner auf meinem kopf ja das ding ist eine tauchflasche ist ein bisschen komisch aus aber ja das freut mich die insel hey da oben ist irgendwas heute insel ich habe mir was ordentliches schönes ja vielleicht bist du anpassen obwohl nehmen auch so 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 kann ich alles behalten ach ja woher wo ich bin gar nicht okay ich meine wir es sind bissel bei da ist so wenn ich pappel bisschen hin kann so brechen angemacht ja sagt mir dann dass soweit ist es jedes mal wenn du zu einer insel fährt ist diese musik ja hat sie müssen suchen ja noch mal super Supi. Hey, lass mit Ruhe. Gemüsesuppe, ne? Toll, dann ist was. Oh, ne Masse Melone. Dann so einen schwarzen. Pflanzen und Blumen und da ist noch eine Wassermelone. Ich wollte schon sagen, hey, guck mal, das ist ein riesen Floß, aber das ist ja unseres. Du bist bescheuert. Ja, ich will eigentlich gerade gar nicht so großartig tauchen gehen, weil wir haben eigentlich sauviel. Aber gut, ich habe letztes Mal auch irgendwas gefunden, ne? Da muss man fast tauchen gehen. Mal wenigstens so ein bisschen suchen. So, dann haue ich die rein. Wo dann schauen wir mal. Da hinten ist der Hai, dann gehe ich auf die andere Seite von der Insel. Aber jetzt, wo es Nacht wird, ne, das ist nicht so geil. Das ist so wenig. Könnte ich mal, endlich mal Laternen bauen, eigentlich. So ist es los. Ja, das stimmt. Vielleicht auch schon. Wir könnten vielleicht im ersten Stock oben, so. Schau mal. Ich konnte doch jetzt irgendwas nix aufnehmen. Wo es der ist jetzt hin? Ja, das sind so viele Steine, Steine, Steine. Wenn ich Schrott brauchen wir eigentlich annehmer, oder? Ja, das ist... Ja, doch. Schrott, viel Bolzen und sowas braucht man glaube ich noch. Schrott ist glaube ich schon nützlich. Ja, also die Wasserstoff-Ding, das bringt schon. Kannst du schön gemütlich tauchen hier. Wobei aber nicht lange... Boah. Schon wieder Früchte-Kompott, ey. Komm doch, bleib mit dir. Bisschen besser wird's, aber... Was halt noch gut wäre, wenn du dann noch die Flossen hielst. Ja, das stimmt. Bis zum schneller... Das Ding ist, die verbraucht es halt auch die ganze Zeit. Diese Flasche, das ist voll nervig. Ich würde sie, wenn du die auch nicht dauerhaft hast. Hi, hör auf. Was passiert? Ich denke, wir haben ein bisschen weiter runter taucht. Ist da irgendwas, oder? Stirbt man da? Keine Ahnung. Das gefährlichste ist wahrscheinlich dann der Hai. Boah ne, ich trau mich nicht weiter runter. Holy shit. Au, ja. Der Hai hat mich. Nein, nein, nein. Schnell hoch. Alter, wir werden unten. War ich denn? Ich will nur noch nach oben. Oh. War schön, ich kann's haben. Oh, Marcel Toff, ey. Ach. Ein Lichtlein? Ah ne, doch nicht. Das ist nur das Feuer. Aber, nach der Insel ist eh schon wieder vorbei. Ja. Sozusagen. Wo ist der ganze Ton hin? Wo ist der ganze Ton hin? Den habe ich wahrscheinlich, weil ich habe mir das Ganze zum Schmelzen in den Inventar getan, damit ich das gleich einschmelzen. Oh. Ja, Ton kann man nicht einschnunzen. Ja, das kann sein, dass ich das auch aus dem Inventar ausgenommen habe. Ach, ne, ich habe die Ziegel gemacht. Jetzt, ey. Ich habe doch die Ziegel gemacht. Ich habe die Ziegel gemacht, ey. Ne, weil für diese Schalen bräuchte man Ton. Nur Ton. Und ich habe hier Ton. Kupfer, Sand. Ich habe einmal Ton bloß. Reicht dir das? Ne. Eher nicht. Äh. Zwei Ton bräuchte ich. Ne, ich habe nur einmal Ton. Dann müsstest du jetzt mal dauchen gehen. Ja, gut. Das ist ja meine Fischsuppe. Nein, schau's. Wie schaut's denn eigentlich aus mit denen? Sind die schon getrocknet? Trockenziegel aufnehmen. Ja. Moment. Überrasch. Überrasch. So. Jetzt baue ich nochmal einen. Oh, ich finde den einfach nie. Äh. Topf. Nein. Was ist ein Sprinkler eigentlich? Das, der wässert automatisch die Garten. Ach, krass. Krass. Das ist ja cool. Mhm. Die Schmelze. Schrott und Nägel. Mhm. Nägel. Und. Schrott. Genau. Und dann. Ich muss was trinken. Hm. Nice. So. Der kann mich mal am Popo. Jetzt haben wir zwei Schmelzen, damit das alles irgendwie alles einfach nur in die Mitte geklatscht. Ja. Ja. So kenne ich uns gar nicht eigentlich. Überhaupt nicht. Das ist Katastrophe. Ja. Aber das Ding ist einfach. Wie viel haben wir. Wie brauchen wir denn Sachen? Sind wir jetzt einmal rum? Ne. Ich bin gerade dabei nochmal. Sammler. Scheiße. Hast du noch Blätter? Äh. Ne. Die müssten alle, wenn da drin sein. Ah shit. Wir haben keine Blätter mehr. Haben wir die Insel jetzt komplett? Eins fehlt noch, oder? Neun. Einen jetzt. Ne halt. Da fehlen noch. Zwei dann. Ich gehe nochmal die Insel ab, ob wir irgendwas vergessen haben. Übersehen haben. Aber du. Denke mal. Du bist ordentlich durchgegangen, oder? Bei der Insel. Joa. Ich habe immer Angst, dass ich irgendeine Höhle oder irgendwas. Ich weiß nicht. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber irgendwas verpasste. Weißt du? Dass wir. Dass da irgendwas besonders ist. Was wir übersehen. Aber wir könnten eigentlich hier. Auf dieser Insel die Folge wenden. Wenn du hochkommst. Dann könnte man hier die Folge wenden. Und dann. Mhm. Mama. Mit diesen schönen Mond. Im Meer. Ganz romantisch. Jetzt habe ich Hunger. Das ist jetzt nicht der Ernst. Weißt du? Ganz romantisch. Äh. Äh. So ein Furz. Äh. Ich weiß gar nicht, was wir erst machen sollen. Ei oder Möwe. Hab beides nicht geschafft. Na egal. Hey, wieso kann ich jetzt nicht? Kann ich nicht spawnen? Hey. Hey. Jetzt da jetzt. Zill doch mal scheiß Möwe, ey. Kommst du hoch, oder? Achso. Ja, Moment. Ähm. Ja, das kannst du in der nächsten Folge machen. Aber. Ich habe keine Lust, 20 Jahre. Ich habe keine Lust, 20 Jahre. Das Video hochzuladen. Ja, ja. Ja, ja. Ich wüsste nicht. Ich sehe dich gerade gar nicht. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Okay. Ach, schön. Ach, der Sonneaufgang ist auf der Seite. Hahaha. Ja, da war der Mond, deswegen. Ach, schön. Damit. Danke fürs Zuschauen bei Raft. Unseren neuen Survival-Spiel, beziehungsweise nebenbei. Forrest ist ja nicht... Ist ja kein Stopp. Ja. Volle Trönung jetzt. Genau. Volle Rotze. Damit ihr nicht mehr schlafen könnt. So. Ähm. Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Tschüss.